Jetzt bin ich gespannt, was das war. Ja, ich glaube, das sieht so noch Fichte aus. Also hier vorne auf jeden Fall schon. Ja, das ist Fichtenholzzorn. Siehste, aber ich muss erst den Stein da drunter machen. So, und jetzt den Fichtenholz... Äh, Fichte ist da. Noch ein Stück. Und da jetzt auch noch Zorn. Nee, das ist doof. Aber Gies will ich eben auch nicht hinmachen. Nö, wir lassen da... Oder nee, halt. Nee, 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 nee. Wir setzen uns da noch irgendwas Schönes hin. Irgendwie, was könnte man da Schönes hinbauen? Irgendwie so eine kleine Statue oder sowas? Wir suchen uns mal was. Und zwar aus Bruchstein. Mauern nämlich. Hier, solche Dinge hier. Das da. Und da machen wir irgendwie so einen... Keine Ahnung, so Torbogen oder sowas hin. Habe ich nicht da. Okay, dann muss ich was bauen. Hier steht ja auch eine Werkbank. Sehr gut. Oh, für die Mauer brauche ich doch aber den Meißel. Nee, brauche ich nicht. Also nicht hierfür. Ja, weil das eine Vanillemauer ist. Äh, mit Bruchstein. Deswegen brauche ich da keine... Keinen Meißel, nämlich. So, also gut. Ah, nee, das ist da so eine Mauer da. Ja, okay. Nee, das ist doof hier. Nein, das sollte anders sein. Dann machen wir das so. Moment mal. So. Und auch das hier weg. So, dann machen wir hier... Nee, das ist viel zu niedrig. Ich brauche mal Erde. Oh, wir könnten da auch so einen Torbogen drauf machen. Nee, das war aber eigentlich jetzt nur gedacht, um da irgendwas stehen zu haben. Naja, doch. Noch keine Erde. Nein, äh, nicht Erde. So, sowas da. Naja, ich weiß nicht. Ist jetzt irgendwie auch nicht so in der Brille, aber egal. Es ist auf jeden Fall etwas. Und hier über so einen Torbogen... Naja, nee. Nee, das will ich lieber mal nicht. Aber guck mal hier, da. Das ist jetzt nur so ein Einer. Ja, das macht nichts. Es wird wieder dunkel. Wir könnten das hier auch so machen. Und wir könnten den aber auch ein bisschen in diese Richtung führen. So, dass der nämlich da vorne dran kommt. Was ist denn jetzt hier? Ist die Schlange... Ah, das ist die Schlange da unten. Okay. Also, klar, es hat sich in der Schlange angehört, aber wo ist die Schlange? Hat sich sehr nah angehört, aber ich habe sie nicht gesehen. So, du musst wieder weg hier. Und da muss auch noch was hin. Jetzt sieht es aber noch ein bisschen komisch aus hier. Und da muss noch was hin. Und... Ja, ich will aber jetzt gerne weitermachen mit den Wegen. Deswegen... Haha, deswegen... Ja. Gehe ich mal schlafen. Und ich kann vorher noch was essen. So, ab ins Bett. Nee, komm los, ab ins Bett. Ja. Man muss nur nahe genug dran stehen. Wo geht es denn hier raus? Da? Ja. Ja. Aus dem Raum komme ich raus. Aus dem ganzen Gebäude noch nicht. So. Machen wir das eben so. So, haben wir das auch angeschlossen? Sehr gut. Was haben wir jetzt hier noch? Ach ja, ich wollte ja hier noch einen Weg hier so rumziehen. Genau. Wir müssen jetzt auch nicht zu jedem Hauseingang so einen Weg hin machen. Obwohl das andererseits auch wieder ganz schön aussehen würde. Aber doch, eigentlich schon. Ach, ich mache es einfach. Damit lassen wir aber den Weg hier... Wir könnten ja den Weg... Ja, einfach mal so geradeaus irgendwie durchziehen oder so. Hm. Hier so gerade rüber. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ja, doch. Wir machen das einfach mal. So, erstmal die Erde mit dem... Dings hier weg. Mit dem Gas meine ich. Ich habe heute übrigens, bevor ich mit der Aufnahme begonnen habe, den Rechner neu hochgefahren. Ich habe daran gedacht. Und er ist tatsächlich getan. Und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Hm. Dann sollte ich mir das tatsächlich angewöhnen. Und das immer so machen. Ich mache mal erst eine Spur hier. Oh. Oh. Was haben wir denn da? Das ist ja eigentlich was Geheimes. Das müssen wir gleich wieder zumachen. So. Oh. 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 Wir haben hier angelangt. Mhm. Okay. Bleiben wir mal hier bei. Ich führe mal den Weg jetzt einfach nur bis hier hin. Aber da sammeln wir wieder ordentlich Erde ein. Und wir werden ordentlich kieslos. Aber das werden wir sowieso. Zweier Wegbreite genügt auch. So. Okay. Erstmal so. Und das da. Okay. Das lassen wir so. Und dann werden wir hier. Wenn wir gleich hier in der Ecke sind. Da noch ein bisschen in diese Richtung dann immer die Häuser anschließen. Mit Wegen. Oh. Halt. Warte mal. Nee. Das war nicht zu viel. Zack. So. Der letzte. Gut. Jetzt haben wir hier einen schönen Weg erstmal hier. Ja. Okay. Gut. Das ist mal. Das ist mal eine Aussage hier. Aber diese krummen Wege da. Die gefallen mir eigentlich auch ganz gut hier. Deswegen will ich da jetzt noch ein bisschen mehr davon haben. Hm. Nö. Der Künstler. Der will keine Wege. Der kriegt keine. Der ist einfach zu eigen. Oder wir könnten. Oh ja doch. Das wäre auch eine schöne Idee. Wir könnten ihm ein paar. So ein paar so Trittplatten hinlegen. Ja. Das ist cool. Ähm. Die Frage ist nur aus welchem Holz. Äh. Aus welchem Stein. Was könnte man? Glattstein. Ja. Oder nee. Äh. So. So. Stufen. Das wäre noch besser. Glattstein-Stufen. Dann machen wir mal das hier. Glattstein-Stufen. Äh. Ja hier. Genau. So was hier meine ich. Nur werden wir jetzt wohl keine da haben. Aber dann kann man ja welche bauen. Eben nicht diese hier. Hier. Komm. Wir bauen uns jetzt einfach mal welche. Nee. Das soll doch. Moment. Hallo. Ist hier. Irgendwie. Was ist da komisch. Ja. Meine Maus. Vielleicht liegt es an meiner Maus. Dass die das. Den. Den. Tastendruck nicht so ganz registriert oder so. Eigentlich eine sehr gute. Aber. Ja. Ich will mir auch keine neue kaufen. Moment. Ich laufe ja viel zu weit. Hier ist die eine Tür. Ah. Und da ist ja auch eine Tür. Ah. Oh. Moment. Ja. 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 Gut. So. Einmal hier. Dann einmal da. Nee. Ähm. Nicht da unten. Das bringt nichts. Sondern so. Und dann machen wir da noch was hin. So. Ähm. Das soll mal so genügen bis dahin. Aber. Ja genau. Jetzt muss ja auch da noch was hin. Hier haben wir da. Okay. Dann bauen wir mal da was hin. Dann müssen wir jetzt irgendwie nach da oben. Blümchen. Du musst leider mal weichen hier. Ah ne. Oh ne. Aber das ist gar keine schlechte Idee. Nur setzen wir den da hin. Und dann kommt hier wieder Erde hin. So als Treppe. Was keine Treppe ist, sondern Stufe. Aber hat die Funktion an der Zeitperson. Mache ich das jetzt. Und dann machen wir noch hier was hin. Ja. Das reicht. So. Und dann soll von dort aus. Ah ja. Dann müssen wir da noch was hin machen. Mal da was hin. Ähm. Nicht allzu weit auseinander. So. Da was hin. Nein. Oh. Komm. Jetzt geht der wieder dahin. Es ist er wieder weg. Boah. Ist das doch wieder recht regelmäßig. So. Dann aber machen wir mal einen größeren Knick hier hin. Und dann da hin. Und der letzte kommt da hin. So. Okay. Ja schön. Ach das sieht aber ganz nett aus hier. Da hier. Hm. Ich würde da auch noch einen hin machen. Dann müssen da zwei hin. So. Oder wir setzen daneben noch eine Erde hin. Ja doch. Machen wir so. Okay. Dann haben wir das Künstlers Haus angeschlossen. Und das hier zur Bücherei. Das will ich aber schon ein bisschen schöner machen. Das will ich schöner machen. Ähm. Ne doch. Da kommt aber auch nur Kies hin. Hier vorhin. Ja doch. Das ist okay so. Machen wir das gerade. Ja doch. Gerade auf dem Weg zu. Ja ich wüsste jetzt nicht was dagegen spricht. Also auch so dass es eben so ganz gerade ist. Aber ich will ja dazwischen auch noch was reinbauen. So Felder oder irgendwas anderes. Und auch nur hier diese eine Breite hier. Eine Einserbreite. So. So. Okay. Das passt. Und dann hier drüben auch noch. Hm. Da bin ich mal gespannt was wir da noch so alles hinbauen. Aber wie gesagt jetzt eben erstmal die Wege. So. Schaufel raus. Ja erstmal die Wege. Und dann sehen wir schon was noch so alles kommt. Das müssen wir hier machen. Und dann kommt das hier weg. So. Auch da werden wir wieder mit so einer Stufe arbeiten. So. Gleich stoße ich an. Ja genau. Ah ne. Ja. Egal. So. Stufe. Ist jetzt eben ein Kies zu viel da. Aber das macht nichts. Genau. Dann geht's da hin. Ähm. Ja das sind eben die zwei Rosen hier. Ja das sind noch mehr. Ja okay gut. Lassen wir so. Das mit den Rosen gefällt mir nämlich auch sehr gut. Kann ruhig da so bleiben. Wir können da sogar noch mehr hinsetzen. Aber hier noch eine daneben. Und dann müsste die andere da davor. Ja egal. Können wir noch später machen. War ich eigentlich. Moment mal. Wie war das denn eigentlich. Ich habe doch mal eine Runde gemacht. Hier um das Dorf herum. Also im Inneren des Dorfes. Um vor den Häusern irgendwie was Nettes hinzustellen. Habe ich das denn jetzt überall gemacht. Oder doch nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube nämlich nicht so ganz. Hier guck mal hier. Da könnten wir auch. Ähm. Dingsbums hinlegen. Kies. Das würde sich da sehr gut anbieten. Und zwar auch gleich bis hier hin. Also die Bewohner sind noch da. So. Ähm. Habe ich noch ein Blümchen? Ja habe ich mit. Hier. Das kleine Blümchen. Komm mal dahin. Ja das passt hier. So. Ah das sieht aber auch doof aus hier. Hm. Dann machen wir da auch noch. Äh. Kies hin. Oh es wird dunkel. Moment. Das wird dunkel. Äh. Es wird hier eine Dreierbreite. Und hier ist eine Zweierbreite. Nee. Ich will doch nicht zu viel da weg machen. Moment. Warte mal. Da soll wieder mit Erde aufgefüllt werden. Brauche echt nicht geizig zu sein mit dem Kies. Aber egal. Ich bin's jetzt. So. Ich will nur ein bisschen weitermachen. hier draußen mit Kies. Und Wegen. Aber. Ja genau. Erstmal ins Bett. Ja. Hallo Herr Nachbar. Ähm. Ich hätte mich gerne auch irgendwo in ein Bett gelegt. Hier. Ach. Das ist ein schönes Haus hier. Aber. Das war's. Ist das eigentlich das wo der. Lass mich auch raus. Hier. Ja genau. Der Hallo wohnt hier. So. Noch ein bisschen Frühstück essen. Und dann geht's weiter. Die Frage ist nun gerade wo. Ja. Hier will ich das auch gerne machen. Ah und hier ist. Hm. Wie wäre es denn wenn wir den Teilchen da so ein bisschen vergrößern. Und dann eine kleine Brücke drüber machen. Was ist hier? Das ist. Ja okay. Hm. 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 Das könnten wir auf jeden Fall gleich mal machen. Und dann die beiden Eingänge anschließen. Mit einfachen Wegen. Ähm. Mit einfacher Breite. Na. Noch ein bisschen. Ja doch so. Lassen wir das mal. Hier das da. Und ähm. Hier. Ja.